Mein Sense, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuer-Rot! Hättest du mal hier noch vor Pyro stehen geblieben? Aha! Ich bin Pyro, der Arinnerleiter der Zenobe-Insel! Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume Männergegner in Flammen aufgehen! Wah-wah-wah! Das soll das Feuerheil parat haben! Parat halten! Sieg Heil! Ah ne, der hält ja bloß den Pokéball hoch! Vokano wird von Leiter Pyro in den Kampf geschickt! Oh mein Gott, ist das episch! Wuh, die sind jetzt aber vom Level her doch schon nice oben! Sehr schön, endlich noch Herausforderungen! Nicht! Ha! Und... Wumm! Werdet, werdet! Arschnita! Da, 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 da... Ach, natürlich! Ring! Aber meine Mutter ist ja da, deswegen muss ich nicht rangehen! Uh-huh! Na... Na, 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 na! Galappar! Level 42, wuh, Mann, ist das gefährlich für mich! mhm tot jetzt wird man die im hintergrund labern das kostet an und jetzt kommt ein orkorni ein orkorni das geht bitte ja überhaupt nicht ein orkorni hey das ist im level über uns ran wir machen mal surfer uh zwei level unter uns wow wow respekt schade dass er nicht getötet wurde ich kriege gleich echte aggression blablabiss und surfer und flap down du hast den wohl regel verdient du hast mich besiegt und blablabla aha der urkanorten steigert die spezialfähigkeiten deiner pokémon wir nehmen zusätzlich dieses geschenk flammenwurf ah feuersturm schade ist die mächtigste feiertage allerdings ist die gegen wasser pokémon machtlos blablabla gut wir latschen aber fix raus in hyper geschwindigkeiten oh mein gott wenn das nicht jeder tag so ich bin es ist ich bin es bill lang nicht gesehen ich hoffe du benutzt noch mein pokémon system äh mein pc system nun hör zu ist das eine bonzer ja wir sind da das ist island 1 hier gibt es mehrere inseln von uns diese hier ist eine davon mein freund selio hat das schiff geschickt um mich abzuholen es ist ganz alleine auf der ganz alleine er ist ganz alleine für das pc auf der insel zuständig warum ich dir das erzähle lass uns zu selio gehen lass uns das toten tun boah richtig geil hallo selio oder selio bill ich kann es nicht glauben dass du hierher gekommen bist selbstverständlich was macht deine forschungsarbeiten oh warte mal detaxo das ist mein freund selio er ist ein passionierter pc maniac zielio das ist detaxo ein anstrengender trainer auf dem weg zum pokémon champ das ist beeindruckend es tut mir leid aber ich habe heute nichts für das kämpfen übrig egal freut mich dich kennenzulernen was gibt es neues was macht deine maschine sie läuft gut aber wir sind einfach zu weit entfernt zwischen den pcs auf dieser hinzu und deinem kann keine verbindung hergestellt werden oh wirklich lass mich mal sehen moment noch ich denke wir kriegen das hin darf ich dir helfen er sagt so darf ich dich bitten vor die tür auf mich zu warten kann ich dich um einen gefallen bitten die nachbarinsel heißt island 2 ach sehr kreativ dort gibt es jemanden der die spielhalle betreibt er hat diese diesen faul für seltensteine und juwelen wir bleiben in kontakt darf ich dich bitten diesen meteoriten zu ihm zu bringen so natürlich packe ich das bei so einem meteoriten einfach mal in meine tasche rein das ist natürlich sehr logisch detaxo nimm dies mit wenn du nach island 2 gehst 3 pass jetzt können wir auf island 1 2 und 3 reisen es ist ein pass für die fähre zwischen den inseln fährt damit kannst du die kannst du island 1 2 und 3 bereisen oh das kannst du auch gebrauchen die karte von der taxe wird erweitert ich darf dir später richtig den typen einen grüßen klar einen schönen grüß von mir aus so ich warte jetzt hier ach so ne ich sollte ja weggehen auf nach island 2 ahoy spielhalle bleibble bleibble so ich feil mich mal kurz konnte ich ja nicht machen spielachter haben wir sie ja sieht jedenfalls ziemlich spielhallig aus wo ist irma heute genau diese Zeit bringt sie mir immer mein mittagessen du bist ein freund von irma hast du immer hier gesehen ich weiß nicht wo sie ist sie sollte hier für lange zeit vorbeigekommen sein irma ist süß sie sieht auch sie sieht mir ähnlich was ist ach hat sie auch ne kratze was wäre wenn mir irma etwas gehöre bitte hilf mir sie zu finden bitte such auf island 3 nach ihr das ist die spielhalle betit kann man noch sinken diese nach sie sagen sie würden auf der insel warten also wo sind sie hey du ist das hier das einzige island 3 versuch aufzuwachen bevor du aus dem bett kriegst du hallotri das ist island 2 beweg dich und nimm deine treckschleuder von motorrad mit hä oh äh hab dich diese insel sind verwirrend ich finde das an dieser hall hallotri hat mein teppich abgenutzt ja hallotri ist ja auch so ein tolles wort na möchtest du meinen echten hasen sehen boing boing hast du schon das sprungspiel probiert die pokémon die daran teilnehmen boing einige machen boing andere machen boing wusstest du das ist bla boing ja irgendwas in meine hose macht auch ein bisschen boing boing hihihi mirabla und bläber hui wir gehen jetzt nach island 3 was ich hatte noch gar nichts gedrückt du afghane island 3 in ordnung sehe irgendwas spritz spaß hier heilig hast du mal ein puket haste mal ein puket dollar wir sind wir sind der motorrad club aus kanto tötz 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 mein motorrad hat einen kleinen motor daher muss ich die geräte geräusche selbst machen also man bist du männlich ein tri eiland irgendwas du wie geht es dir du fragst dich was ich du fragst was ich hier mache warum ich suche nach gold wenn ich reich bin kaufe ich ein haus im kanto herzlichen glühstrumpf hey von diesem tag angehört die insel uns hey das finde ich aber nicht nett dass ihr so denkt bist du der boss geh sofort zurück nach kanto ich bin gerade hier angekommen was soll deine feindlichkeit einstellung das ist zu abweisen von dir der einländer haben mit ihrer motorin alles verrüstet aus seiner vorstellung wie viel ärger sie uns auf dieser insel gemacht haben neun ich kapiere es nicht zieh dir das an was machst du eigentlich um dich zu amüsieren du sollst uns dankbar sein ein wenig schwung in dieses schlaf in den nest gebracht zu haben aber wenn du willst dass wir verschwinden dann tu doch etwas du feindling im ruder so stark was glaubst du so da das ist nicht sehr höflich hast du mir vielleicht etwas zu sagen ja dein mut gefällt mir du willst du wirst geld an mich verlieren fuck habe ich angst biker schläger ist das jetzt ist schläger jetzt der name oder ist schläger dem sein hobby oh nein smog und tot oh ein slimer welch abwechslung hui ah klage ist nicht zu lachen bist du nicht aus kanto du sollst auf unserer seite sein mh biker schläger okay die haben keinen das ist sowas wie rocket rübel 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 vor allem rocket rübel surfer wumm ja sehr interessant was ist los mit dir worüber regst du dich so auf du bist sowas wie nur uncool wir haben den boss hier eingeladen aber du wusstest dass du musst das vermaßt und du hast uns lächerlich gemacht ich möchte den nächsten dem ihr auf die fresse geben zack one hit boss du musst etwas gegen dieses kind unternehmen ich habe dich beobachtet und würde sagen dass du genug angerichtet hast was bist du ihr freund oder was da musst du an ihrer stadt gegen mich antreten yeah glatz kopf paul scheiße ist der stark ich bin immer noch zehn level über ihn oh ja toll super aber level 50 ein schleimock schlafos das war die sämt um ok komplimator bis jetzt mann um tot blablabla irgendwie die ins langweilig gehen und hängen wir diesen typen ab dafür will ich aber auch sagen diese typen haben nur ärger gemacht oder den bogen wir verletzt oh sehr schön das ist wirklich ein trumpel sehr großartig jemand ich konnte wenigstens bitte wie bitte du so ist immer das ist schon eine weile her dass ich immer zur bund brücke gegangen ist wo auch immer diese bund brücke sein soll pixel ok und wieder fit fit wie ein schorm zu die achte arena wird lustig wie viele orten haben wir jetzt eigentlich hä uns fehlt der sechste orten ah ja genau brissmannia city fehlt uns der orten aber natürlich haben wir erstmal den siebten orten und ich werde die in der sechsten erinnern die sind noch stärker was das ganze eigentlich total unlogisch macht ja und dieser spielzeit 20 stunden das stimmt nicht das ist einfach bloß hier wegen der spielzeit und wenn ich damit halt mal eine stunde lang spiel dann können wir euch bedenken was da zusammenkommt nicht wahr so ok jetzt habt ihr gesehen wie schnell das umgeht so ich spreche mal fix so ok vielen dank fürs duschen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann leute adieu